Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind zum nächsten GU-Dialog der Vortragsreihe des Instituts für Gesellschaft und Digitales. Der heutige Vortrag heißt Gewissensbits, Informatik und Ethik. Ethische Fragestellungen, also Fragen nach dem richtigen Handeln, haben die Informatik von Beginn an begleitet und sie werden immer drängender mit dem Einzug der Informatik in fast alle Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Vom Profiling in der Werbeindustrie, von der Waffentechnik über Gesichtserkennung, um nur ein ganz paar Hotspots der Informatik zu nennen. Unser heutiger Gast, Dr. Stefan Ullrich, schön und danke, dass du heute hier bist, gibt uns einen geschichtlichen Abriss über ethisch kontroverse Themen in der Informatik und führt uns dem politischen Kern der gegenwärtigen Informatik vor Augen. Er ist Informatiker und Philosoph, studiert und promoviert an der Humboldt-Uni in Berlin, der sich nach eigenen Worten kritisch mit den Auswirkungen der allgegenwärtigen informationstechnischen Systeme auf die Gesellschaft beschäftigt. Und das macht er unter anderem in der Gesellschaft für Informatik und in zahlreichen Forschungsprojekten, die da oben alle stehen, und auch Initiativen und als Co-Vorsitzender der Kommission für Ethik in der Forschung der TU Berlin. Wunderbar, eine Bemerkung noch, aber die meisten werden das schon wissen. Nachher gibt es Zeit für Fragen und Antworten und auch noch ein kleines Catering, Stullen und Getränke nachher im Foyer. Und damit übergebe ich das Wort an dich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Ralf. Ja, der Vortrag heißt Gewissensbits. Natürlich ein sehr elegantes Wortspiel, wie wir finden, von der Fachgruppe Informatik und Ethik mit Gewissensbisse. Das ist dieses nagende Gefühl, was man ja hat, dass man irgendwie was getan hat und von dem man nicht genau weiß, war das jetzt richtig oder nicht. Und dieses Gefühl dann natürlich im Computerzeitalter Bit als Einheit für Information kennen wir alle und dann Gewissensbits fanden wir ein total gelungenes Wortspiel. Doch was sind eigentlich Gewissensbits als Definition? Gewissensbits, auch Ethikchips genannt, sind ein Konzept aus der Informatikethik, das vorschlägt, bestimmte ethische Regeln oder Prinzipien in die Technologie selbst zu integrieren, anstatt sie den Menschen zu überlassen, die sie verwenden. Gewissensbits könnten beispielsweise in künstliche Intelligenzsysteme oder autonome Waffen eingebaut werden, um sicherzustellen, dass sie bestimmte ethische Regeln einhalten. Es gibt jedoch auch Kritik an diesem Konzept und die Hauptkritik ist natürlich, dass das keine Definition ist. Das ist Fake. Das ist aus Chat-GPT, musste ja jetzt sein, damit man das auch zeitlich einordnen kann. Wir erleben ja gerade wieder im Feuilleton, was es mit uns macht, wenn wir plötzlich einen plausiblen Artikel geliefert bekommen. Was ist Gewissensbits? Und dann bekommen wir etwas, was absoluter inhaltlicher Nonsens ist, aber so plausibel, dass es für Fachfremde eigentlich ja durchgehen kann. Ja, warum eigentlich nicht? Gewissensbits hat was damit zu tun, Ethikchips. Und da kommt natürlich auch gleich die Kritik. Josef Weizenbaum, über den ich heute auch ein bisschen sprechen möchte, weil er vor ein paar Tagen 100 Jahre alt geworden ist, hat das schon erlebt und zwar vor ziemlich genau 60 Jahren. Ja, vor genau 60 Jahren, 62, hat er ein Chatbot geschrieben namens Elisa, mit dem man sich unterhalten konnte. Das war ja das Neue am Computer. Der Computer damals, Lochkarte, Eingabe, hat einen Tag gewartet, dann kam die Ausgabe, Syntax-Error, musste man wieder neu und eingeben. War jetzt zum ersten Mal im Dialog mit dem Menschen und das hat die Leute total verrückt gemacht, also besonders die mediale Öffentlichkeit. Hier auf dem Foto sieht man ja hinter Josef Weizenbaum jemanden und ich habe dummerweise das Foto genau oben, man sieht es noch ein bisschen abgeschnitten, die Kamera, die darauf gerichtet ist. Denn die mediale Öffentlichkeit war da. Wahnsinn, der Computer kann mit uns reden. Wir können ihm Fragen stellen und er antwortet, also auch diese Personifizierung. Und diese Zuschreibung, dass wir jetzt plötzlich so etwas haben wie künstliche Intelligenz, übrigens ein Forschungsfeld der Informatik, das jetzt auch aus den 50er Jahren stammt, also auch schon 70 Jahre alt ist. Diese Reaktion hat Weizenbaum schockiert. Er schreibt zehn Jahre später in seinem Hauptwerk, diese Reaktion auf Eliza haben mir deutlicher als alles andere bis dahin Erlebte gezeigt, welche enorm übertriebenen Eigenschaften selbst ein gebildetes Publikum einer Technologie zuschreiben kann oder sogar will, von der es nichts versteht. Und das Schöne an diesem Zitat ist, Eliza ist so schön groß gedruckt wie eine Variable, setzen Sie jetzt für Eliza Chat-GPT ein und der Satz ergibt immer noch Sinn. Auch 40 Jahre später. Diese Reaktionen auf Chat-GPT haben mir deutlicher als alles andere bis dahin Erlebte gezeigt und so weiter. Aber was heißt denn das Technologie verstehen? Damit kommen wir zum ersten Teil und ab jetzt wird es ein bisschen schneller. Nicht Daumen im Kino, das verspreche ich Ihnen aber doch ein bisschen, nur damit wir alle abgeholt sind und im gleichen Brot sitzen. Was ist denn Technologie? In erster Linie verbinden wir damit technologische Artefakte. Ich habe jetzt hier mal zwei herausgegriffen, die mich als Ingenieur besonders beeinflussen. Das eine ist der erste Computer, der damals noch aus Weißblech mit einer Laubsäge gebaut wurde von Konrad Zuse, die Z1. Und das ist der Benz-Patent-Motorwagen von Karl Benz, die erste gasbetriebene pferdelose Kutsche. Beides sind ingenieurstechnische Glanzleistungen gewesen. Bis heute sind sie es noch. Aber Technik ist mehr. Technik, Technä aus den griechischen Techniken sind auch so etwas wie Gedankentechniken. Die Hinwendung zur Welt, also die Modellierung, die Abstraktion, die Fähigkeit des Menschen in die Zukunft zu blicken. Der Prometheus, der aufrechte Mensch, der in die Zukunft blickt, der die Fackel der Erkenntnis, der Vernunft von den Göttern Stahl und den seelenlosen Wesen gab, die fortan Menschen genannt wurden. Und was den Menschen über das Tier erhebt, ist nicht, dass es Werkzeug gebraucht, sondern der Mensch stellt Werkzeuge her. Der Faustkeil einfach nur als typisches Artefakt einmal gesehen. Wir nutzen es nicht nur, wir stellen unsere eigenen Werkzeuge her. Das ist das, was uns noch von den Tieren erhebt. Und was machen wir damit, mit dieser Technik, mit dieser Hinwendung zur Welt? Naja, wir beobachten sie. Francis Bacon, von ihm stammt das Wort Data, das Gegebene, also das, was gegeben ist, ist ein lateinisches Wort und wir benutzen es immer noch, Data, Datum. Wir beobachten die Welt und schreiben sie auf. Wir zählen die Vögel, wir zählen die Larven im Bienenstock. Wir machen einfach eine Strichliste, wir diskretisieren unsere kontinuierliche Welt. Wir beobachten sie, stellen Theorien auf, stellen Modelle auf und dann versuchen wir unsere Beobachtungen, die Theorien zusammenzubringen. Doch das ist erst der erste Schritt. Das ist die unterste Stufe der Wissenspyramide. Wir haben die Daten, die Fakten, die einzelnen Sensordaten, würden wir heute sagen, oder Laborbücherstriche. Was müssen wir damit machen? Wir müssen sie in Form bringen, Information daraus machen. Also wir müssen sie strukturieren. Das heißt, wir verwandeln die Daten durch den Kontext erst in Information. Doch eine Tabelle hat für uns noch keine Bedeutung. Die Bedeutung müssen wir erst in diese Tabelle reinlesen. Das heißt, erst mit der Bedeutung kommt das Wissen. Ah, jetzt, ich beobachte Insekten, ich zähle Insekten, Krefelder Studie, sie nehmen ab im Laufe der Jahrzehnte, dass Insekten sterben. Jetzt weiß ich das. Oder ich messe die Temperatur. Sie steigt an, sie steigt an. Oh, eine Klimakatastrophe kommt auf uns zu. Das ist das Wissen. Aber was machen wir jetzt damit? Das wäre der letzte Schritt, die Einsicht. Das ist die Weisheit, dass wir dann auch was machen wollen, weil dann wissen wir halt, okay, ist halt Klimakatastrophe. Ja. Oder ja, ist halt Insekten sterben. Ja. Was machen wir daraus? Dieser ethische Reflexionsschritt, der letzte Schritt, das ist das, worüber wir heute besonders sprechen wollen. Ich habe die Insekten erwähnt als Beispiel, wie schwierig es sein kann, Daten zu erheben. Was fliegt da so schnell vorbei? Insekten haben halt ganz, ganz doofe Eigenschaften für uns InformatikerInnen. Die sind sehr schnell, sie fliegen bei Nacht. Die Frage der Objektpermanenz und der Sensoren ist immer so eine Sache. Wenn ich jetzt hier den Arm von rechts nach links bewege, ist das für uns immer das gleiche Objekt. Für den Computer nicht immer, wenn man mehrere Bilder pro Sekunde aufnimmt. Nichtsdestotrotz, wir versuchen, unsere kontinuierliche Umwelt zu diskretisieren. Das heißt, wir haben etwas, das kann die Stimme sein. Wir haben irgendeine Schallwelle oder wir haben irgendwelche anderen kontinuierlichen Signale und die müssen wir jetzt diskretisieren. Das ist eins der Grundaufgaben, der Grundprobleme der Informatik. Hier sehen wir jetzt hier exemplarisch mal so eine Welle und was machen wir in der Signalverarbeitung? Wir tasten dieses Signal ab. Dann wird aus einer kontinuierlichen Welle eine Ansammlung von Zahlen, von Zahlenwerten. Wir nennen es analog Digitalwandler. Wir hätten es besser und passender kontinuierlich Diskretisierer nennen sollen. Also wir leben eigentlich nicht im Zeitalter der Digitalisierung, weil das wäre das Zählen. Wir leben eigentlich im Zeitalter der Diskretisierung. Das heißt, wir unterteilen unsere Umwelt in messbare Zahlenwerte. Und warum machen wir das? Und da sind wir genau beim Thema der heutigen Veranstaltung. Naja, der erste Analog-Digitalwandler diente dazu, die Gleitflugbombe Henschel HS-293 sicher ins Ziel zu bewegen, weil das ist nach wie vor immer noch eine der Hauptaufgaben der Informatik oder der Ingenieure generell. Wie kann ich möglichst gut Berechnungen anstellen, um möglichst viele Menschen zu töten? Das war die Hauptaufgabe. Das war die einzige Aufgabe des ersten Analog-Digitalwandlers. Also wir sprechen hier gar nicht von Dual Use. Man könnte es auch militärisch verwenden. Das ist die Geburtsstunde. Und dieses schwere Erbe, das tragen wir bis heute mit uns rum. Entschuldigung. Es ist natürlich der Zweite Weltkrieg. Es ist der Zweite Weltkrieg mit dem ganzen Schrecken, was uns Ingenieure eigentlich jegliche Unschuld geraubt hat, hatten wir sie, wenn wir sie denn überhaupt hatten. Denn eigentlich können nur Genies eine Atombombe konstruieren, aber nur Psychopathen bauen sie auch und nur Soziopathen setzen sie auch ein. Und das ist das Schlimme, dass das oft die gleichen Personen waren. An der TU Berlin, wo ich in der Kommission für Ethik Forschung bin, die hieß früher, Entschuldigung, meine Stimme versagt gerade ein bisschen, wahrscheinlich wegen des emotionalen Themas. Die Technische Hochschule Charlottenburg war damals bekannt als kriegstreibende Fachhochschule. Der Blitzkrieg, Panzer, Stuckerkampf, alles das wäre ohne die Technische Hochschule Charlottenburg nicht möglich gewesen. Beim Wiederaufbau hat man auf eine Sache Wert gelegt. Es ist jetzt keine Technische Hochschule mehr, es ist eine Universität. Und Universität heißt universelle Bildung. Das heißt, die Bildung ist nicht mehr rein technisch, künstlerisch, humanistisch oder was auch immer wir wollen. Die Bildung ist universell. Das heißt, wir können nicht einfach erwarten, dass wir jetzt jemanden technisch nur ausbilden. Wir müssen seinen Charakter ausbilden, wir müssen seine Haltung ausbilden. Das ist das, was mit der Universität gemeint ist. Auch der Verein der deutschen Ingenieure hat das erkannt. 1950 gibt er sich das Bekenntnis des Ingenieurs. Und ich werde das jetzt nicht vorlesen, ich werde die Folien aber vielleicht zur Verfügung stellen können. Das heißt, dann kann man sich das in Ruhe nochmal anschauen. Der Ingenieur übt einen Beruf aus in Ehrfurcht vor den Werten, jenseits von Wissen und Erkennen und vor der Allmacht über seinem Erdendasein wandelt. So beginnt es und so ruft man sozusagen eine höhere Macht an. Und es geht darüber, die Berufsarbeit soll in den Dienst der Menschheit gestellt werden. Die Würde des menschlichen Lebens soll geachtet werden. Und nicht zuletzt setzte der Ingenieur die Ehre seines Berufsstandes über den wirtschaftlichen Vorteil. Ich lasse das mal so stehen. Ob das heute noch so gilt, können wir nachher in der Diskussion sehen. Diese ethische Selbstverpflichtung zieht sich durch alle Ingenieursdisziplinen seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber auch in der Philosophie kommt sie an. Hans Jonas hat eine Ethik für die technologische Zivilisation geschrieben, eine Notstandsethik, die so lange in Kraft bleiben soll, bis wir eine bessere gefunden haben. Wir haben keine bessere gefunden. Wir haben das Prinzip Verantwortung. Und bis heute sagen wir ja, wir haben eine große Verantwortung, weil wir einfach eine große Macht haben. Auf einen Satz gebracht, handele so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Denn das ist der Hauptunterschied, den es zu keinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit gab. Vom Utilitarismus von Bentham bis zur Deontologie von Kant. Wir hatten nie diesen sprichwörtlichen roten Knopf, auf den wir drücken konnten, um für ein für alle Mal die Permanenz des echten menschlichen Lebens auf Erden zu gefährden. Das gab es einfach nicht. Wir hatten vielleicht die Macht unserer Gegenüber oder ein bisschen mehr Leute zu beeinflussen mit unseren Handlungen. Aber heute haben wir sprichwörtlich die gesamte Menschheit in der Waagschale. Und auch wir von der Gesellschaft für Informatik reihen uns ein. Reihen uns ein und sagen, ihr braucht einen Kompass. Ihr, die ihr technisch handelt, ihr müsst euch für andere Dinge einsetzen, außer diesem kleinen Vermehren von Erkenntnis, außer dem Mehrwert, den ihr euch erwirtschaftet. Informatikfachleute fühlen sich insbesondere dazu verpflichtet, die Menschenwürde zu achten und zu schützen. Wenn staatliche, soziale oder private Normen im Widerspruch zu diesen Werten stehen, muss dies von Informatikfachleuten thematisiert werden. Naja, der Anlass, warum wir das geschrieben haben, ist wahrscheinlich ein paar von Ihnen, ein paar von euch klar. Edward Snowden hat uns einfach den Boden unter den Füßen weggezogen. Also diese Gewissheit, dass das ja schon alles, wir haben Gesetze, alle halten sich an die Gesetze, da passiert schon nichts und abhören unter Freunden geht gar nicht. Natürlich, es passiert. Wir in der Informatik haben das erlebt, dass wir die Infrastruktur geschaffen haben, dass solche Dinge überhaupt erst möglich wurden. Als zweites, die Informatikfachleute treten für die zwei IT-Grundrechte ein. Das ist das, was mich in Informatikvorlesungen bis heute so erschreckt. Wir haben zwei Grundrechte von Verfassungsrang, die also auf einer Stufe mit dem Grundgesetz stehen, die speziell IT-Systeme betreffen und niemand kennt sie, zumindest nicht beide. Das eine ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist inzwischen schon angekommen, auch im Sprachgebrauch, ein bisschen umständlich, aber Datenschutz sozusagen als Entwicklung. Aber das Zweite, das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. So, jetzt sprechen Sie das mal zwei, drei, vier, fünfmal aus und jetzt merken Sie auch, warum das keiner kennt. Das ist meine Vermutung. Es gibt keine tolle Abkürzung. Man hat schon mal versucht mit digitaler Intimsphäre oder so etwas, aber das ist genau ein Punkt, warum es das vergessene Grundrecht genannt wird. Es kommt nicht zur Anwendung, obwohl es seit 2008 gilt. Das heißt, sämtliche Skandale, die wir jetzt eigentlich erleben, könnten und sollten vor Gericht verfolgt werden. Hier ist mal der ganze ethische Kompass für Informatikfachleute auf einem Blick und keine Sorge, das ist nicht Rickroll. Das heißt, das ist wirklich dann der Link zur URL. Wir können dann nachher, ich kann es ja nachher nochmal hier an die Wand werfen. So, du hattest das angekündigt, die politische Seite der Informatik. Das ist der zweite Teil. Also der erste Teil war, woher kommen wir und warum haben wir eigentlich eine ethische Verpflichtung? Der zweite Teil, woher stammt eigentlich diese Macht der Computer? Na ja, sie sind, die Informatik liefert uns ein unheimlich mächtiges Werkzeug, ein Wissenswerkzeug. Wir können plötzlich indizieren, sortieren, visualisieren. Wir haben alles auf einen Blick und wir haben sämtliche Informationen unter unserem Zeigefinger. Information at your fingertips hat Bill Gates das damals genannt. Es ist ja auch sehr nützlich. Also wir müssen ja solche Werkzeuge haben, um Volkszählungen gut durchführen zu können, wenn es darum geht, wie viele Schulen werden eigentlich benötigt, welche Steuern müssen gezahlt werden, wie viele Leute sind hier überhaupt? Und das ist nicht mehr sehr praktisch, ohne automatisierte Informationsverarbeitung durchzuführen. Also das klappt nicht für 8 Milliarden Menschen, das klappt nicht für 80 Millionen Menschen, das klappt nicht mehr für 300.000 Menschen. Das heißt, da brauchen wir irgendeine Form der automatisierten Erfassung, der automatisierten Verarbeitung. In der Lochkarte zeigt sich, glaube ich, dieses und in diesem einen Bild zeigt sich dieser Hauptvorteil, dieses auf einen Blick etwas zu haben am besten. Nehmen wir mal an, ich habe auf einer Lochkarte sämtliche Insekten aufgeschrieben, die in Deutschland beobachtet wurden und dann möchte ich gerne eine tagaktive Insekten haben, die rein optisch angelockt werden können. Das ist dann eine bestimmte Lochung und da stecke ich dann so eine Stricknadel durch und dann ziehe ich die Lochkarten hoch und mit einem Mal habe ich sämtliche Insekten, die tagaktiv sind und nur optisch angelockt werden können. An dem Unbehagen von manchen von Ihnen sehe ich schon, naja, was ist aber, wenn da keine Insekten draufstehen? Was ist, wenn da Glaubensbekenntnisse oder politische Positionen oder, oder, oder? Also dann werden praktisch politische Gegner auf dem Silbertablett serviert und das ist natürlich in der Vergangenheit schon passiert, das passiert gegenwärtig. Das ist genau die negative Seite, das alles in einem Blick zu haben. Die Informatik hilft politische Gegner per Knopfdruck zu servieren. Naja, und jetzt mal hier im Vergleich. Also wir haben hier, wenn wir die Fläche der Stasi-Aktenschränke nehmen, das hier ist Berlin, da sieht man mal 200 Aktenkilometer, entsprechen etwa 48.000 Aktenschränken, die etwa 0,019 Quadratkilometer Platz beanspruchen. Naja, und jetzt können wir mal gucken, wenn die NSA ihre Daten ausdrucken würde, wie groß die Fläche dann wird. Naja, dann reicht schon Berlin nicht mehr aus, Deutschland reicht auch nicht mehr aus, Europa, naja. Also das wäre die Fläche, wenn es wirklich analog ausgedruckt wäre. Das zeigt natürlich auch das Besondere an der Informatik, an der Digitalisierung, an der digitalen Speicherung, dass diese Art der massenhaften, der totalen und totalitären Überwachung nicht möglich wäre ohne Informatik. Die Informatik, wenn ich sage total und totalitär, dann meine ich das in diesem Wortsinn. Also sie erfasst alles vom Menschen und sie erfasst alle Menschen. Das ist etwas auch davor nie da gewesen. Naja, und jetzt vielleicht sollte ich ein bisschen genauer sein. Wenn ich von Mensch spreche, was meint denn die Maschine damit? Man kann es mal in Google eingeben. Was meint die Maschine, wenn man Mensch schreibt? Also bei den Abbildungen sieht man eher männlich gelesene Menschen. Und auch bei den Daten und Daten und Bildunterschriften ist der Mensch und Mann doch erstaunlich oft gleichgesetzt. Hier hatten wir jetzt vor ein paar Jahren ein Jubiläum, die ENJEC, einer der ersten Computer. Im englischsprachigen Raum würde man jetzt sagen, das ist der erste Computer. Im deutschsprachigen Raum ist es natürlich die Zuse Z1. Also der Electronic Numerical Integrator and Computer wird gerade bedient von Corporal Urban Goldstein im Vordergrund. Naja, und im Hintergrund sind zwar auch ein paar Menschen, aber die sind ja halt wahrscheinlich nur Deko. Nein, sind sie nicht. Das sind die Hauptprogrammierer, Programmiererinnen des Systems. Die ENJEC Girls, wie sie genannt werden, Kay McNulty, Betty Jennings, Betty Snyder, Marlene Wescoff, Fran Bias und Ruth Lichterman waren hauptsächlich dafür verantwortlich, diese Maschinen zu programmieren. Denn damals war das eine Frauenarbeit. Das Wort Computer war synonym für Mathematikerinnen, die eine Berechnung durchführen. Das war nicht dieses große Artefakt hier im Hintergrund. Das waren die Computer. Und programmieren hieß damals, man steckt irgendwelche Kabel zusammen und schließt Stromkreise. Das heißt, was sich gewandelt hat, auch in der Zeit, ist, Computer war früher eben Mathematikerin und heute ist es ein Artefakt. Und das setzt sich fort. Also wenn man jetzt mal Twitter sich anschaut, noch gibt es Twitter-Stand für diese Aufzeichnung. Ich weiß nicht, wie lange und wie viele Nutzer dann noch, aber die Schnittstelle ist sehr einfach zu nutzen. Jedoch sind sämtliche Daten auf Twitter nicht repräsentativ. Also da sieht man zum Beispiel die Altersgruppe. Es ist nicht repräsentativ im Alter und im Geschlecht. Und bei YouTube, wer ist denn das You in YouTube? Also wer sendet da eigentlich? Und dann kann man das sehen in der Grafik. Naja, wenn es um so Beauty-Produkte geht, dann sind es 30 Prozent Frauen und 4 Prozent Männer. Und wenn es dann um Sachen wie Musik geht, wo es ja wirklich keine Rolle spielen sollte, da sieht man schon 22 zu 14 Prozent mehr Männer, aber auch andere Themen sind dann eher mit dem einen oder dem anderen Geschlecht notiert. Und das ist halt das Erstaunliche, dass wir eigentlich in der Gesellschaft schon weiter sind, hoffe ich, aber in YouTube noch immer noch sehr veraltete Vorstellungen auch der Geschlechteraufteilung sind. Woran liegt das? Das liegt daran, dass es einfach Geld bringt. Es bringt mehr Klicks. Wenn wir diesen Bias, diesen Gender Bias befördern, verdienen wir ein paar Cent mehr an der Werbung. Und das reicht schon aus als Rechtfertigung, dass wir ein veraltetes Gesellschaftsbild transportieren, weil wir das einfach dann besser monetarisieren können. Wir haben auch kaum Datensätze zur Verfügung, die dieses Thema bereits integriert haben. Das heißt, wir trainieren jetzt, anfangs wurde es ja angesprochen, diese sogenannte künstliche Intelligenz aus Machine Learning. Wir trainieren Systeme mit Daten, die nicht nur veraltet sind, in der Vergangenheit liegen. Sie transportieren auch Geschlechterstereotype, die wir als Gesellschaft schon längst überwunden hatten. Das heißt, was wir auch sagen können, es ist keine Prediction, die eine KI erzeugt, sondern eine Postdiction. Also wir gucken nach hinten, wir gucken in die Vergangenheit und verlängern das. Ganz, ganz berühmt war ja das Beispiel, die automatisierte Berechnung des Einstiegsgehaltes. Ein Computer berechnet dann einfach, naja, super, du bist eine Frau und dann bekommst du 21 Prozent weniger. Das ist ja das Normale. Und das ist das Erschreckende, dass man dann plötzlich technisch etwas festschreibt und gar nicht mehr zur Disposition stellt, gar nicht mehr aushandelt. Das heißt, wir haben Data Gaps, wir haben Lücken in unserer Beobachtung. Also wir sprechen sehr viel von verantwortungsvoller künstlicher Intelligenz, die zielt auf eine vertrauensvolle künstliche Intelligenz, die voraussetzt eine erklärbare künstliche Intelligenz. Aber all das basiert auf Daten, die nicht repräsentativ sind. Es gibt einen weiteren grundlegenden Bias bei Machine Learning oder generell in der Informatik oder eigentlich, wenn wir streng sind, sogar bis Francis Bacon zurückgehen. Wir können nur messen, was messbar ist. Es scheint wie eine Plattitüde, aber darum geht es ja genau. Wir können nicht messen, was Freundschaft ist, aber wir können vielleicht messen, wie viele Einträge habe ich in meinem Adressbuch. Schon haben wir Friendship. Ich kann nicht sagen, mir gefällt etwas, das kann man nicht messen, aber man kann die Anzahl, wie oft drücke ich auf diesen gestreckten Daumen, I like, das kann man wiederum messen. Man kann nicht messen, was es bedeutet, seinem Kind einen Gute-Nacht-Kurs zu gehen. Das gibt es nicht, das können wir nicht messen. Aber wir können vielleicht messen, wie oft und wie viel Zeit und sonst wie viel. Das heißt, wir suchen uns Proxydaten, Daten, die annähernd das aussagen. Aber es gibt Dinge, die wir fundamental nicht und niemals messen können. Und der letzte Satz, wir messen auch nur das, was es wert ist zu messen. Also wir hatten im Vorgespräch schon gesagt, die Insekten haben ein Riesenproblem, sie klicken nicht auf Werbung. Wenn Insekten auf Werbung klicken würden, hätten wir schon längst künstliche Intelligenzsysteme bei Insektenklassifikation. Die funktioniert übrigens wunderbar. Also das wäre auch ganz toll, wenn wir mal die Insekten nicht töten müssten, um sie zu zählen. Wir könnten einfach eine KI-Kamera draufrichten und sie zählen. Wir könnten, anstatt biometrische Systeme zu bauen, die an Außengrenzen Geflüchtete irgendwie wieder zurückschubsen, könnten wir biometrische Systeme bauen. Und nun Problem bei Bruno zu erkennen, dass wir ihn nicht abschießen müssen, dass wir ihn mit einem digitalen Zaun zurückhalten. Das heißt, wir könnten eigentlich künstliche Intelligenz, Informatiksysteme, gemeinwohlorientiert einsetzen. Aber es kostet was und es ist nicht wert und deswegen wird es auch nicht vorangetrieben. Der Gender Data Gap ist besonders gut beschrieben in dem Buch von Earline Criado-Paris, Invisible Women, ist aber auch in den Arbeiten von dem Datenwissenschaftler Hans Rosling zu finden. Wir sind ja hier in der Gestaltungsfakultät, deswegen habe ich dieses Bild eingefügt. Es gibt aber auch Ansätze, wie man das überwinden kann. Man müsste sich zum Beispiel bewusst werden, dass der typische Entwickler, und das ist in dem Fall männlich-weiß-wohlhabend, oft nur sein Gegenüber sieht. Das ist die sogenannte I-Methodology. Es gibt diese berühmten Fälle, die Sie wahrscheinlich auch kennen aus den Medien, der Seifenspender, der nur auf weißer Haut funktionierte, automatisierte. Man hält die Hand runter und eine schwarze Person kriegt einfach keine Seife auf die Hand, weil der Sensor so entwickelt und so trainiert worden ist von weißen EntwicklerInnen. Aber wer ist eigentlich Informatik? Naja, der allererste Mensch, der ein Computerprogramm geschrieben hat, ist Ada Lovelace, also mit vollem Namen Augusta Ada Byron King, Countess of Lovelace. Sie hat 1815 geboren, hat mit Charles Babbage zusammengearbeitet am ersten theoretischen Computer, der leider nie gebaut wurde. Das hätte ich toll gefunden. Ein Computer, der mit Dampf funktioniert. Also nicht elektrisch, sondern wie eine Dampfmaschine. Der wäre 15 Tonnen schwer, wer hätte ein halbes Gebäude eingenommen. Großartig, das hätte ich gerne gesehen im 19. Jahrhundert. Grace Hopper, die den ersten Compiler geschrieben hat oder überhaupt, dass man nicht in Maschinensprache schreiben muss. Sophie Wilson, wir tragen alle inzwischen ARM-Chips mit uns herum. Die sind in unseren Telefonen drin. Also Transpersonen, Frauen, Homosexuelle, Alan Turing, der als Grundproblem des Turing-Tests gefragt hat, ist Geschlecht vielleicht nur eine Software? Ist die vielleicht nur programmiert? Das heißt, Informatik war schon immer weiblich und queer und divers und irgendwo hat es einen Punkt gemacht in den 80er Jahren, also vor 40 Jahren und plötzlich wurde Informatik zum Boys for Toys und das ist so eine ganz, ganz männliche Sicht drauf. Gerade in dem Moment, wo sich es eigentlich alle leisten könnten, wurde es dann noch Arkaner. Also was tun? Dritte und letzte Teil, weil ich versprochen habe, ich will auch was Positives sagen und nicht immer nur meckern. Das gefällt mir sehr leicht zu meckern und mich reinzusteigern, aber was können wir denn tun? Naja, was tun? Handle so, als ob deine Handlung etwas ausmachte. Das ist, glaube ich, die wichtigste Maxime, zumindest handele ich nach dieser Maxime, nicht zu sagen, oh Gott, was kann ich denn schon tun? Ich bin doch nur so ein kleines Rädchen. Wenn ich es nicht mache, macht es jemand anderes. Darüber hat sich Weizenbaum furchtbar aufgeregt. Er hat gesagt, statistisch gesehen passieren so und so viele Diebstähle und Morde im Park. Gehen wir jetzt auch hin und sagen, ja, dann mache ich es halt, weil es muss ja jemand machen. Nein, wir haben es in der Hand, wir können das verhindern, wir können was anderes tun. Als erstes, lasst uns mal reden. Das ist zum Beispiel, was wir jetzt hier ja auch machen und im GUE-Dialog. Es gibt einen sehr, sehr schönen Aufsatz von Heinrich von Kleist über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Wenn du etwas wissen willst und es durch Meditation nicht finden kannst, so rate ich dir, mein lieber, sinnreicher Freund, mit dem nächsten Bekannten, der dir aufstößt, darüber zu sprechen. Es braucht nicht eben ein scharfdenkender Kopf zu sein. Auch meine ich nicht so, als ob du ihn darum befragen solltest. Nein, vielmehr sollst du ihm selbst allererst erzählen. Und das ist ihnen wahrscheinlich auch schon öfter so gegangen. In dem Moment, wo sie etwas ausdrücken, jemand anderem, nicht mit sich selber im Dialog sind, sondern mit einer anderen Person in Dialog treten, plötzlich ist ihnen auch die Lösung klar. Allein schon, wie sie die Worte finden, wie sie es formulieren, dient der Lösung. Es ist der öffentliche Vernunftgebrauch, der uns da weiterbringt, der einen Prozess anstößt. Also bekannt, Immanuel Kant hat viele Schriften geschrieben, aber ich glaube, die für uns hier wesentliche ist die Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Und dann sagt er ja auch, dass Aufklärung der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit ist und wir erleben wieder eine selbstverschuldete Unmündigkeit. Diesmal ist es eine technische, eine technisch induzierte, aber wir haben es wiederum in der Hand und wiederum mit den gleichen Mitteln. Öffentliche Vernunft gebraucht. Lasst uns mal laut denken, laut reden. Was wollen wir, was tun wir eigentlich? Also lasst uns über Ethik sprechen, also im Sinne von Ethikos, den Charakter betreffend. Lasst uns sprechen, was unsere Grundannahmen sind. Also wollen wir vielleicht Dinge in der Gesellschaft gar nicht mehr haben und dann fragen wir uns, warum treiben wir sie trotzdem voran mit unserem täglichen Handeln? Was ist die Richtschnur unseres Handelns? Und darüber muss man sich mal Gedanken machen. Es gibt diese berühmten Probleme, diese ethischen Probleme, die Sie alle kennen. Das Trolley-Problem kennen Sie vielleicht. Das ist in den 60er Jahren von Philippa Foote formuliert. Sie sind plötzlich in die Lage versetzt, dass eine Straßenbahn außer Kontrolle geraten ist und irgendwie auf eine Person zusteuert, die es aus irgendeinem Grund nicht hört. Aber Sie haben die Möglichkeit, eine Weiche zu stellen und dann treffen Sie nur, also statt fünf Personen lassen Sie dann nur eine Person überfahren. Das heißt, Sie haben es in der Hand, werden fünf Personen überfahren oder nur eine Person. Natürlich ist es ein moralisches Dilemma, weil selbst eine Person wollen Sie ja nicht auf dem Gewissen haben, weil Sie ziehen ja daran. Aber jetzt kommt der Punkt, Sie als Philosophin wollte nicht die richtige Lösung finden, sondern was ist die Richtschnur Ihres Handelns? Ist die Richtschnur möglichst wenig Menschen oder ist die Richtschnur des Handelns, ich will lieber nichts machen und mich nicht schuldig machen oder oder oder? Also nach welcher Maxime handeln Sie? Und darüber müssen wir sprechen. Also wir sind einfach durch den Computer, ist eine Vermutung von Josef Weizenbaum und ich teile diese Vermutung. Wir sind durch den Computer alle zu Utilitaristen geworden. Das heißt, wir wollen alle gerne zählen und messen und wir werten auf einmal den Menschen aufgrund der Datenpunkte, die er sendet. Ein Mensch, der keine Daten aussendet, haben wir gar nicht mehr auf dem Schirm. Das heißt, unser Menschenbild, unser Weltbild ist so von Digitalisierung durchdrungen, dass wir gar nicht mehr über Moral anders nachdenken können als mithilfe der Berechnungen. Und jetzt kommt das Hauptargument von Josef Weizenbaum, um damit wieder zu schließen. Der Mensch ist unberechenbar und zwar prinzipiell. Das ist das, was uns als Menschen ausmacht. In einer Gruppe, statistisch gesehen, verhalten wir uns alle vorhersagbar. Also im Sinne von, einer von Ihnen hat jetzt mir statistisch gesehen gar nicht zugehört. So, einer, statistisch gesehen. Aber ich weiß nicht, wer. Deswegen, der einzelne Mensch ist nicht berechenbar. Vielleicht als Masse, wohin wir da gehen, aber der einzelne Mensch ist nicht berechenbar. Dann die Gleichsetzung von Vernunft und Logik. Das ist sehr, sehr verführerisch für mathematische Disziplinen, wie es die Informatik eine ist, alles mit Zahlen ausdrücken zu wollen oder mit Formeln. Der öffentliche Vernunftgebrauch ist aber nicht berechenbar, ist nicht auf Zahlen zurückführbar. Wir können nicht für alle Aussagen Zahlenwerte festlegen und dann rechnen wir auf einmal aus, wer denn Recht hat. Das ist ja das, was Leibniz gesagt hat. Kalkulemus. Lasst es uns ausrechnen. Wir sehen dann schon bei Meinungsverschiedenheiten, wer Recht hat. Das klappt natürlich nicht. Aber das hängt mit der Denkweise zusammen, dass ein vernünftiger, ein kluger Mensch ist jemand, der rational denkt, logisch denkt. Nein. Ausrechnen ist nicht entscheidend. Auch hier wieder, wenn wir ein komplexes System haben, was viele Datenpunkte nimmt, zum Beispiel der künstlichen Intelligenz oder das Machine Learnings und dann kommt am Ende eine Zahl raus. Also mit 85 Prozent Wahrscheinlichkeit ist das jetzt hier eine Schwebfliege. Dann sagt das nicht darüber aus, dass die Maschine entschieden hat, sondern sie hat einen Algorithmus berechnet. Am Ende steht eine Zahl und wir können dann eine Entscheidung treffen, zum Beispiel, ja, das wollen wir jetzt klassifizieren oder das wollen wir messen oder auch nicht. Aber das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wir können nicht eine Entscheidung in eine Maschine geben, weil eine Maschine nicht entscheiden kann. Die kann nur rechnen. Und auf der alleruntersten Ebene der Physik stimmt nicht mal das streng genommen. Der dritte Punkt von Josef Weizenbaum, die Macht der Computer erfolgt durch die Zuschreibung eben dieser Macht. Allein die Vorstellung, dass der Computer etwas könnte, reicht schon aus, dass es diese Macht besitzt. Wir erleben es ja gerade wieder mal. Künstliche Intelligenz erlebt gerade wieder so ein Höhepunkt. Allein die Vorstellung, dass künstliche Intelligenz etwas kann, bewirkt, dass wir sehr, sehr viele Fördergelder frei machen. Ich selber profitiere davon. Ich arbeite für das Bundesumweltministerium in einem Projekt namens KI-Ideenwerkstatt für den Umweltschutz, wo es genau darum geht, das Potenzial der künstlichen Intelligenz zu heben. Aber dieses ganze Forschungsprogramm funktioniert nur, weil niemand wirklich weiß, was denn dieses künstliche Intelligenz eigentlich ist, was es kann, wo Potenziale sind und wo die Grenzen liegen. Und die letzte Sache, was Weizenbaum bemängelt und was wir auch immer wieder uns vor Augen führen müssen. Ohne Frage hat die Einführung des Computers in unsere bereits hochtechnisierte Gesellschaft lediglich die früheren Zwänge verstärkt und erweitert, die den Menschen zu einer immer rationalistischeren Auffassung seiner Gesellschaft und zu einem immer mechanistischeren Bild von sich selbst getrieben haben. Denn das ist auch das. Wenn Sie mit anderen Menschen umgehen, werden Sie es ja erleben. Wir sind nicht rein rationale Wesen. Also wenn die letzten Jahre etwas gezeigt haben, dann das. Und das muss man aber anerkennen, dass das uns auch als Menschen ausmacht, dass man nicht immer mit dem besten Argument alleine vorankommt. Denn zum besten Argument zählt die sogenannte prädiskursive Einigung. Wir als Gesellschaft müssen uns davor einig werden, dass das beste Argument schließlich zählt. Wenn wir vor einer Diskussion sagen, lasst uns mal alle diskutieren und dann am Ende, wenn wir das beste Argument gefunden haben, auch so handeln. Diese Einigung muss vorher stattfinden und die kann nicht innerhalb des Diskurses sein. Das ist, glaube ich, eine der zentralen Erkenntnisse. Das heißt, die monologische Ethik wird zu einer dialogischen Ethik durch diese Aushandlungsprozesse, durch bevor ein Ergebnis gefunden wird in einer Gruppe, einigen wir uns vorher. Wir stellen Spielregeln auf. Wir sagen, lasst uns darüber reden und am Ende, wenn wir auf den und den Punkt kommen, lasst das uns dann so und so machen. Das ist sozusagen dieser zwanglose Zwang des besseren Arguments. Naja, und wie können wir dazu beitragen, dass wir diese Spielregeln besser aufstellen? Naja, ich würde dafür plädieren, auch sehr viel mehr Daten und datenbasierte Dialoge zu führen. Ich habe hier mal exemplarisch Frag den Staat reingenommen als Informationsfreiheitsportal. Ich habe den GU-Dialog, den dritten hier rausgegriffen, weil er über offene Daten geht und wie man die Welt vermessen kann, um ein politisches Argument zu führen. Und schließlich ein Bild von vor ein paar Tagen, wo wir einen Sensor-Workshop in Berlin durchgeführt haben, wo wir auch mit Hilfe von Sensordaten versucht haben, Insekten zu klassifizieren, zu bestimmen. Und das geht nur, indem man es macht, also dieses Learning by Making. Also ich fände es toll, wenn wir nicht nur, das ist sozusagen mein Appell, nicht nur reden, sondern einfach mal auch technisch handeln, Daten selber erfassen. Nicht immer nur die Daten lesen, vermittelt bekommen, sondern mal sich selber welche holen. Selber eine Informationsfreiheitsanfrage stellen. Großartig. Erste Informationen bekommen. Oder selber mal so einen Sensor betreiben. Das fände ich sehr schön. Naja, und abschließend, was sind Gewissensbitze? Gewissensbitze, um jetzt mal die Antwort zu liefern von der Fake-Antwort von der ersten Folie, die Auflösung. Gewissensbitz ist unser Blog von der Gesellschaft für Informatik. Dort stellen wir Fallbeispiele zur Diskussion. Die sind fiktiv, aber an reale Fälle angelehnt. Fiktiv deshalb, weil unsere Rechtsabteilung gesagt hat, wenn wir da reale Firmen hinschreiben, dann kommen wir nicht mehr hinterher. Aber man erkennt manchmal, was der Anlass war, wieder. Und dann ist das Entscheidende der Dialog hinterher. Die Fragen zu beantworten, denn es ist eben nicht so klar, wie wir handeln. Der Prozess des Aushandelns, des Diskutierens ist essentieller Bestandteil. Und einer der größten Philosophen, Spider-Man, hat 1962 im Abschlusspanel darüber sinniert, dass mit großer Macht große Verantwortung kommt. Und mit diesen Worten möchte ich gerne schließen und für Fragen öffnen. Dankeschön. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.